Ok Hier hatten wir das Timing Der Feind wird sich hier komplett an unserem Bollwerk ausdünnen Gruppe 6 wollten wir ganz vorne haben War eigentlich wiederum ganz hinten Gruppe 0 werden wir diesmal nicht komplett vergessen Kunji 5, einen Blick drauf werfen, wir müssen es ganz normal machen Tribut jetzt Gruppe 6 vorwärts Gruppe 2 hinterher, Gruppe 1 hinterher Gruppe 5 hinterher Gruppe 1 kann direkt auf dieses Zelt losgehen Oder kann direkt auf die Türme losgehen Ihr geht hier den ganzen Schuss auf euch ziehen Gruppe 2 räumt dann die Türme hier auf Ergreift sie Der Feind attackiert eure Siedlung Zelt weg, gut, weiter geht's Zieht euch zurück Gruppe 2 schießt da drauf Gruppe 4 Ich hab Gruppe 4 vergessen Hinterher Warg, komm mit Geht auf diese Büchsenmacher rein los So, mach das weg Gruppe 6 können wir die Spitze übernehmen Das weg Schießt auf die Dampfmaschine Wagt, komm hier rüber Und baff Gruppe 1 Kümmer dich Weicht nicht zu weit von uns Ihr könnt jetzt komplett nach oben kommen Wir brauchen die Verstärkung so schnell es geht Gruppe 0 sind hinterher kommen Schießanlage weg machen Ergreift sie Nachrücken Gruppe 4 nachrücken Gruppe 1 Nicht zu sehr aus der Kontrolle geraten Besonders Gruppe 6 darf nicht aus der Kontrolle geraten Erschießt die Leute da drin Gruppe 4 rückt nach Beginnt die Feinde hier zu beschießen Mach die Kanonentürme weg Gruppe 6 Ist Helga noch am Leben Helga ist am Leben Solange er es ist Die letzte Bombe Warg, rückt nach Kanon, rückt nach Dampfmaschine zuerst wegmachen hier Ja, was von unten schießt ist mir egal Gruppe 0 Wir brauchen einen Schießplatz An die Stelle, wo wir voreinander stand Macht euch bereit Nein, das ist Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 9 Des Weiteren Nachschub ausbilden Verstärkung Für Gruppe 2 Rückt hier nach Wie ihr befehlt Auf in den Kampf Jawohl Warum bist du vorne? Natürlich Na Komm Meine Freunde Für Ruhm und Ehre Ihr macht wirklich die Dampfmaschine nicht weg, oder? Leert sie das Fürchten In Ordnung Ja Auf in den Kampf Gruppe 4 Rückt vor Beschießt den Abschaum Man schießt vorhin da runter Auf in den Kampf Ergreift sie Dann versteht es nochmal da Macht sie nieder Wagt Waffen Macht das weg Belangskanone Löscht sie Bis in den Tod Auf in den Kampf Bis in den Tod Alter, was macht ihr da? Für Ruhm und Ehre Macht die meine Faktur weg Macht die Dampfmaschine weg Sie ist doch da Ändert das Gruppe 0 Gruppe 8 9 Goddammit Wir brauchen ihn so schnell Es geht unsere Gruppe 1 Als Nachschub Nur Mut Wir werden siegen Nur Mut Wir werden siegen Gruppe 9 So Bis in den Tod Für Ruhm und Ehre Leert sie das Fürchten Ist von Gruppe 6 noch jemand am Leben? Ja Wolfgang Gruppe 2 zieht euch zurück Macht den Turm weg Rücksichtung ist jetzt gerade teurer Jetzt könnt ihr zeigen Was ihr gelernt habt So Gruppe 1 Schließt die leichten Reiter zu Klump Gruppe 2 Gruppe 9 Setzen wir hier in den Kanonenturm hin Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein Nein Ach Gott Was ist falsch mit euch? So nicht Einer eurer Helden steckten Schwierigkeiten Feinde greifen ihn an Vergesst es War So hinten bleiben Gruppe 4 Rück nach Das macht Gruppe 2 da Wir bleiben hier Das kann ich nicht tun Auf in den Kampf Kunji 5 Wir brauchen dich hier vorne Ihr könnt die Kanonentürme Auf jeden Fall schon mal beschießen Wir bleiben hier Was macht ihr da? Zurück Helga Stop Nur Mut Wir werden siegen Wir bleiben hier Ein paar Abelessen schützen dazu Angriff Jetzt könnt ihr zeigen Was ihr gelernt habt Die Festung mit voraus auszudünnen Soweit es geht Ist eine gute Sache Jetzt müssen wir damit ein bisschen vorsichtig umgehen Wir nehmen die Kanonen vor Helga Rück vor Ist Gruppe 1 unterwegs? Gruppe 1 ist noch nicht unterwegs Wir haben hier nicht losgeschickt Bewegung Du schießt sie alle zu Klump Macht sie weg Gruppe 2 Zuerst die Türme weg Wenn die Truppen los werden Denn wir können die feindlichen Truppen ausschalten Bevor sie uns wirklich einen Schaden zu verfügen Das ist in Ordnung Nehmt die gleichen Schaden hin Wenn ihr für die Türme los werdet Ist das in Ordnung Und vor allem Wenn ihr unsere Gruppe 6 Da sich wieder zurückbekommt So Setzt hier ein paar Belagungstürme auf Diese drei Scharfschützen-Trupps Macht diese Kanonentürme weg Gruppe 0 vielleicht zurück Setzt auch den Turm nach da hin Attacke Ausbau abgeschlossen Ey Ergreift sie Björn Zu dem Beschuss weiter nach da hin Auf in den Kampf Euer Dorf steht unter Beschuss Wolfgang Zu dem Beschuss hier rüber Scharfschützen Auf den Kanonenturm Gut Quick Save Jetzt ist ein guter Zeitpunkt Um zu speichern Wir stürzen jetzt ab Brav Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei Ausbau abgeschlossen Jetzt könnt ihr zeigen was ihr gelernt habt Euer Dorf wird angegriffen So ist Gruppe 1 da Gruppe 1 ist angekommen Perfekt Nehmt Position in der Burg Leert sie das fürchten Angriff Bringt die Kanonen nach Da hin in Position Drauf zu schießen Auf den ganzen Spaß Gruppe 9 Nehmt das Dorfzentrum ein Jetzt könnt ihr zeigen was ihr gelernt habt Kann Gruppe 9 hier auch noch eine Verbanen Arena aufstellen Das Gebäude Lustigerweise nach hierhin Ja Nun wir wollen sie haben Wird gemacht Ausbau fertig Ergreift sie Dafür sind wir genau die richtigen Und dann Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen Und er Baut das zuerst Wagt Auf abzugehen Wie ihr wollt Da sind noch Türme hinter Türme die in die Zardelle eingebunden sind Gruppe 1 Vergesst die Idee Zieht euch zurück Es ist schön wie Truppen von ganz allein hier auf die Idee kommen Die Sachen zu machen Die wir wollen In Ordnung Das Gebäude Ist ausgebaut So Wie geht's da oben Repariert dagegen Ja Ich bin fertig hier Kann ich jetzt Feierabend machen Was hier ist Missfällt mir inzwischen ein bisschen Also Bauen wir hier kurz aus Und machen uns bereit Das zurückzuschlagen Indem wir ein paar Schaflitz Da hinten setzen Gruppe 6 Geht da rein Euer Dorf steht unter Beschuss Ich möchte dass Helga gleich sofort eine Bombe zündet Wagt bleibt zurück Ich kann aber so einen Blindenhund reinschicken Das Gebäude ist nun ausgebaut Perfekt An die Arbeit Leute Schießt sie zusammen Verstecken was ihr gelernt habt Wagt Versteck unsere Schützen Armee 1 Zum Angriff Sofort Haltet die Augen offen Natürlich Euer Dorf steht unter Beschuss Attacke Macht sie wieder Und wenn die Dampfer schienen zu Klump Will nicht wissen wie viele Truppen auch noch hinterher kommen können Angriff Spawner Spawner Auf in den Kampf Bildet mir Hier neue Banditen aus Für Gruppe 1 Nächsten Spawner Falls sie separate Spawner sind Nur Mut Wir werden siegen Los zu wenn das ist einzig vernünftiger Bildet neue Schaflitz aus Flanke von hier Die Zitadella Wir kümmern uns darum Gebt Acht Euer Dorf wird angegriffen Buswag Ja Ganz nach hinten mit dir mein Freund Banditen Zum Angriff Hey Wir kümmern uns darum Wisst ihr nicht dass wir Krieg haben Auf in den Kampf Vielleicht vor wir hätten Krieg Und es würde niemand hingehen Wie unfassbar unfreundlich wäre das denn Dann machen sich Leute Mühe Die Welt mit Konflikt zu überziehen Und dann passiert sowas Ah ich komme in den Kanonenturm In den Kanonenturm Der Dahinter steckt nicht dran Angriff Gebt Acht Euer Dorf wird angegriffen Macht sie nieder Natürlich Weitere Schaufschützen Nach hier hin Doch ihr Rückt vor Nach hier hin Und ihr Leidet Wobei wir haben den Spawner hier unten Noch gar nicht ausgeschaltet Das ist schon Wo ich vermute Dass die hergekommen sind Da Macht die Tür mehr weg Okay Die Festung ist gefallen Alles andere Alles andere müssen wir uns noch kümmern Undis Geht mir den Weg zum Motto finden Ist ausgerufen Wir kümmern uns darum Ja mein Herr Ausbau abgeschlossen Gruppe 1 Noch ein Haufen Banditen Ihr seid auf Feinde gestoßen Sie greifen an So Und jetzt können die Grenzposten hier um die Truppen Wie soll ich mich konzentrieren Wenn ihr mich kitzeln Sian Ich wusste dass sie von hier aus respawnen würden So Nun gut Werden wir sich los Gruppe 2 Gruppe 2 Ey ich sagte Gruppe 2 Plus die hier Minus die hier Plus die hier Gruppe 2 Wo kommt ihr denn schon wieder her Wo kommt Die respawn Weil dieser letzte Haufen noch da war Oder was Wieso Wovon respawn Seid ihr aus der Bank respawnt Wo ist Vag Nicht sterben wagt Gruppe 2 Schießt dagegen Gruppe 4 Feuert Ergreift sie Komm hier nicht dran Das ist ja gemein Das hätte jetzt weg sein müssen Bild mir Bogenschützenbanditen aus Oder Bogenschützen Banditen Leute Was für Bomben explodieren hier bitte Zieht euch zurück Der Kollege da Der macht das Wer hat das mit unserer Armee gemacht Irgendwie Sprengmeister Ich kann dir zeigen was ihr gelernt habt Wie ihr wünscht Für Ruhm und Ehre Formieren Scharfschützen Geht hier lang Ja Herr Wird gemacht Bahnt euch einen Weg Wir müssen an diesen Spawner ran Der hat eine Dampfmaschine irgendwo Jawohl Oder können wir den schon aus Oder können wir den jetzt gleich von hier unten ausschalten Finden wir es ja raus Können wir nicht Der hat eine Dampfmaschine irgendwo Macht die ganze Gebäude hier weg Alle Euer Dorf wird angegriffen Fuck Nicht separat von allen anderen Leuten stehen und sterben Wird gemacht Ja mein Herr Macht sie nieder Ergreift sie Leert sie das Fürchen Ja die sind in den Tod gerannt Das hat nichts gebracht Und wir respawnen die einfach direkt Helga Kanon nicht Kanon Wir brauchen nicht da drüben Schießt da rein Jetzt stecken wir hier oben ein bisschen fest Wir verlieren Truppen Kommt ja nicht auf die Idee Die Schuld mir in die Schuhe zu schieben Wenn das Gebäude einstirbt Ich habe damit nämlich nichts Ich war gar nicht da Ich war gestern nämlich bei dieser netten Ähm Äh Lichtung Holzgefäld Ich glaub ja Dass hier eine Verwechslung vorliegt So Wo ist der komische Anführerkollege Der wieder seine komischen Sprengung machen will Hoffentlich tot Macht die Wohnhäuser weg Gruppe 9 Repariert Oh der ist durchgekommen Ja Dafür sind wir genau die richtigen In Ordnung Jawohl Wir bleiben hier Auf in den Kampf So Turm ausbauen Achtung Weitere Banditen Bogenschützen ausbilden Weitere Schafschützen ausbilden Fertig Meister Ausbau abgeschlossen Der hier wird das übrigens nicht lebendig machen Also kann er sich nach hinten zurückziehen Wir bilden von hier aus noch weitere Schafschützen aus Wir erledigen das Wieso ist das Wohnhaus noch nicht weg Ja ja Ich glaub ja Dass hier eine Verwechslung vorliegt Eigentlich soll die gar nicht hier sein Gruppe 6 Lass euch zurückfallen Gruppe 2 ist nicht im besten Zustand In dem es jemals war Ich denke wir haben jetzt aber Gruppe 1 am stehen Neu formieren Fertig Meister So Kunji 5 Tod Du bist der neue Kunji 5 Komm hinterher Entschuldigt Entschuldigt Wer hat euch erlaubt dazu spawnen Okay Wir müssen schnell weiter Wir müssen Gruppe 2 regruppieren Ja mein Herr Hier haben wir ein paar schwere Schafschützen Mitkommen Wie ihr wünscht Formation wechseln Wir müssen hier unten lang Wir kümmern uns darum Verteilt euch Ein Held ist in großer Gefahr Jetzt könnt ihr zeigen Was ihr gelernt habt Helga Komm da runter Ausbau abgeschlossen So Attacke Attacke Ergreift sie Oh Die sind alle gestorben Ja An der Flanke Bringt Truppen mit Ja Herr Weiter Steckten Schwierigkeiten Feinde greifen ihn an Weiter Da ist die Dampfmaschine Ja Werd sie das fürchten Attacke Er hat Wolfgang auf Waag Wir müssen das buffen Ich tue mein Best Ansonsten verbringen die Wieder ein Jahrtausend Damit die Sachen hier aufzustellen Ah Die kriegen es hin Unsere Schafschützen Versteckung von hier unten Kann er die Motte zerstören Feinde greifen eure Häuser an So Der Gedanke dahinter Wie sieht es da oben aus Repariert das Geht ein bisschen Beideckung Angriff So Kunji 5 Bis da Sehr gut Komm mit Wir brauchen dich Wir erledigen das Wir bleiben hier Seht nur Es klart auf So Jetzt sehen wir Sachen Die Motte ist jetzt angreifbar Zerschießt sie Für Ruhm und Ehre Gut Abgesehen von Sachen Die wir gar nicht Vorher gesehen hatten Wie das hier einfach noch Truppen nachspawn würden Teilweise auch ohne Irgendwelche Gebäude Lief unser Plan Wie am Schnürchen Dafür sind wir genau Die richtigen Natürlich Ich traue der Ruhe Nicht wir sollten Speichern Ein Held Ist in großer Gefahr Ich bin stolz auf euch Wir waren siegreich Aber wir haben es geschafft Hurra Hurra Ja Den haben wir so Ordentlich gezeigt Aber sowas von Niemand sollte sich Mit unserem neuen Anführer Waag So und das Jagd anlegen Ringen die Welle Erst strahlt in neuem Glanz Und ist sicherer denn je Haben wir mal Eine Erklärung Auf das Nebelfock bekommen? Genau Und das haben wir Alles zusammen erarbeitet Stimmt's Leonardo? Aber sowas von Nur habe ich Leider schlechte Kunde vor Oh nein Was soll denn sein? Ihr erinnert euch Doch noch an die Geschehnisse in Talgrund Wobei dem Offizier Kerbrus Von den Toten Zurück geholt hat Bitte was ist da passiert? Wie könnte ich das Nur vergessen? Ich wäre froh All diese Menschen Hinter mir zu lassen Dario hat Seinen Falken Zu mir entsand Mit einer Botschaft Für euch Wack Mein alter Freund Wir haben Kerbrus hoch In den Norden Über das kalte Meer Verfolgt Noch weiter Hör dich Als deine Heimat Grimmswürden Kerbrus hat sich Hier in den Nordlanden Verkrochen Und sich in deinem Vetter gewandt Ihr müsst uns Zur Hilfe kommen Er bittet uns um Hilfe Gegen Kerbrus Noch ein weiteres Mal In den Krieg zu ziehen Was haltet ihr davon Männer? Wir sollten ihnen helfen Auch wenn wir Sie darin Auch wenn ich Sie darin nicht kenne Jedoch steht dort Auch was von eurem Vetter Also geht es um die Familie Dem stimme ich Helga zu Die Familie ist alles Ich will auch nur Etwas Mehl trinken Dann steht es fest Wir segeln noch höher In den Norden Denardo Begleitest du uns? Na klar Und Rüdiger Ich habe da Eine kleine Überraschung Für dich Ganz viel Mehl Trink ihn nicht Es ist Leonardo Der Mehl explodiert Ja Und so segelt Die Gruppe In Richtung Norden Um Dario Zur Unterstützung zu allen Fortsetzung folgt Vielen Dank Für das Spielen der Karte Ich hoffe ihr hattet Spaß Liebe Grüße von Novator Grüße geben wird zurück Die Karte war schön Auf jeden Fall Sie hatte einige Du spielst mit meinen Gefühlen Oder? Sie hatte einige Unverständlichkeiten Einige kleine Problematiken Also das hier unten Es gab einen Weg drum herum Das konnte man umleiten Insofern ging das Die Diebe Die aus dem Nichts gespawnt sind Die waren etwas witzlos Die bräuchten schon Die bräuchten schon eine Ein Grund für ihre Existenz Außer als Mittelfinger Gegenüber dem Spieler Die Schleichmission hier hinten Die hatte so ihre Marke Mit den unerklärlich geschlossenen Wegen Teilweise Und den unsichtbaren Wenn die sich da aufgetan haben Wo die beim Verstecken geblieben sind Und dem Erzwungenen hin und her laufen Im Endeffekt Hier wäre es Denke ich besser gewesen Wenn man In einer beliebigen Reihenfolge Dinge hätte angehen können Je nachdem Wie man halt am besten laufen würde Ansonsten Sehr hübsche Karte Auf jeden Fall Hat durchaus sehr viel Spaß gemacht Was ich ein bisschen tragisch finde Ist Dass wir im Endeffekt Immer noch sehr viel Auf reguläre Truppen setzen Durften Mussten Konnten Sollten Ich weiß nicht Mehr in die Custom-Babaren Und Banditentruppen rein zu hängen Und für die Noch viel mehr Äquivalente zu schaffen Das wäre natürlich Wahrscheinlich Ein drastisches Maß An mehr Arbeit gewesen Auf jeden Fall Aber Das hat das Ein einzigartiges Genick dieser Karte Und das mag ich sehr Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen Die ganzen Siedler 6 Assets Die mit verbaut wurden Dann guck Perfekt Sehr schön Mag ich Die neuen Gebäude Wie gesagt Ich hätte mir mehr Barbaren Sachen Also mehr Barbaren Sachen Hätten das Ganze noch weiter versüßt Ich hätte nicht gesagt Ich wünsche mir mehr Weil das wieder Ich weiß nicht Das klingt nach dem Annehmen Von Ansprüchen Die nicht um mich gestellt werden müssen Weil Das Bieten von den zusätzlichen Gebäuden Ist sehr viel Aber für die Zukunft Mehr davon Immer gerne Und einige Sachen Ja Ein paar Erklärungen innerhalb der Karte Wie zum Beispiel Dieses Steinvorkommen Dieses Holzvorkommen Da war ich mir Anfang gar nicht sicher Was man damit machen musste Dass man da eine Mine reinsetzen konnte Wusste ich nicht Die Sache Dass man die Kontrolle Über die feindlichen Verteilungsanlagen Übernehmen konnte Die war sehr gut Das war insgesamt Eine sehr schöne Karte Und auf der Stufe Auf der wir gespielt haben Durchaus herausfordernd Nicht aber Auf eine Allzu frustrierende Art und Weise Bad Allocation Wir können unsere KD nicht einsehen Das ist natürlich Der eine weitere Nachteil Der Die ZZP Logic Und das ist ein Teil davon Nicht Problem der Karte Die hat so ihre eigenen Schwächen Und ja Was den Teletext Der Diebe anging Da hätte man wahrscheinlich Wenn man den Lua-Diebagger Nebenbei im Laufen hatte Da hätte man das Damit umgehen können Also als Spieler Für die Zukunft Entweder Mit Dieben Die mit der KI Irgendwie sowieso Nie vernünftig funktionieren Vorsichtiger umgehen Oder eher weniger umgehen Vor allen Dingen Nicht unerklärt Diebe die versuchen Durch irgendwelche Lücken Durchzuschlüpfen Oder sich durch die Verteidungsanlage Durchzuschmuggeln Das ist vollkommen in Ordnung Aber willkürlich Spawnt in der Base Ja Und die Sache mit dem Schwarzen Schaf Dass man einfach Willkürlich verlieren Kommt sich dafür Dass man sich erinnerte Dass auf der Karte Ein Schaf existierte Also generell hat die Karte Ein paar Überraschungen Die wirklich nur als Mittelfinger gegenüber Dem Spieler gedient haben Und die waren damit Ein bisschen wenig sinnvoll Insgesamt aber Mehr Gut ich denke Rückkehr nach Talgrund Werden wir uns noch antun müssen Wobei ich Davon so weit Weiß Dass man mit Dass man hauptsächlich Gegen einen stärkeren Gegner Mit Höheren Technologien Ankämpfen darf Also man selbst hat Hat glaube ich Nur Stufe 3 Truppen Und muss dann gegen Stufe 4 Truppen Mit vollen Technologien Anrennen Das wird schmerzhaft Wenn dem so ist Weil das Ergekünstelt ist Aber das sehen wir uns Dann an wenn wir dabei sind Fürs Erste haben wir Noch ein paar andere Karten noch anstehen Bis dahin allerdings Bedanken wir uns fürs Zuschauen Wünschen euch Viel Spaß Und bis zur nächsten Folge Schereo Schereo Vielen Dank.